Das gucken wir uns von der anderen Seite auch nochmal an. 1, 2 und 3, 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 1, 2 und 3. Wir starten mit einem ganz normalen Brezel für die Dame, allerdings nicht in der normalen Version, wo die Dame nur eine halbe Drehung tanzt und der Herr reicht aus, sondern diesmal wollen wir ein sogenanntes stationäres Brezel tanzen. Dabei reicht der Herr nicht nach links oder rechts aus, sondern führt die Dame direkt auf sich zu und dann muss die Dame unten im Fuß eine sogenannte Spin-Drehung tanzen, dass sie einmal ganz rumkommt. Dann hat sie über zwei gedreht und kann dann ihr Rückplatz tanzen. Der Herr tanzt einfach währenddessen einen kleinen Wiegegrundschritt. 1, 2 und 3, ein stationäres Brezel. Jetzt wollen wir wechseln und das Brezel auf die andere Seite bringen. Dabei geht der Herr um die Dame rum. Wir wechseln, die eine Hand geht runter, die andere Hand geht hoch, 2 und 3. Und dann haben wir die Dame auf der anderen Seite im Brezel stehen. Jetzt wollen wir das Ganze wieder rückgängig machen, aber zwischendurch eine Drehung tanzen. Einfach im Prinzip einen gelaufenen Grundschritt. Das haben wir jetzt öfter vorgemacht, den tanzen wir später noch einmal. Einen gelaufenen Grundschritt zwischendurch. Jetzt wollen wir das Ganze wieder rückgängig machen. Das heißt, der Herr läuft wieder um die Dame rum, diesmal auf der anderen Seite. Wir wechseln wieder die eine Hand läuft runter und die andere Hand läuft nach oben. Dann habe ich meine Dame wieder im Brezel auf der rechten Seite stehen. So, jetzt geht es weiter in der Figur. Jetzt soll der Herr ins Brezel drehen. Das heißt, jetzt drehen wir unsere Dame wieder raus. Wir wechseln auch wieder die Hände. Die eine geht nach unten, die andere nach oben. Nur die Hand läuft nicht in die Richtung der Dame, sondern in die Richtung meines Kopfes, dass der Herr hier rechts rum unten durch kann, sodass der Herr nachher im Brezel steht. Von den Füßen her, können wir einmal zeigen, kann sie als Herr einen Wiege im Grundschritt. Eins, ich lasse mein rechtes Bein nur stehen, weil ich ja ins Brezel will. Zwei, zwei und drei. Als Herr ein bisschen aufpassen. Hier mit dem Ellenbogen, mit dem Rest des Brezels tanze. Da kann es gefährlich werden. Arm läuft unten durch. Wir tanzen ein sogenanntes Do-Sa-Do. Rücken an Rücken einmal verschieben. Eins, zwei und drei. Dann habe ich die Dame auf meiner linken Seite. Jetzt tanzen wir wieder einen gedrehten Grundschritt. Das hatten wir vorhin schon mal so ähnlich. Nur, dass wir jetzt rückwärts laufen. Und während dieses gedrehten Grundschritt, wir laufen das einfach mal so ab, drehen wir den Rücken zueinander und wechseln, dass die Dame auf der anderen Seite steht. Jetzt wollen wir das Ganze auflösen. Wieder mit einem Rücken an Rücken. Allerdings nimmt der Herr die Hand hoch, die auf seinem Rücken liegt. Die nehme ich über den Kopf der Dame oben rüber. Und dann lösen wir das Ganze mit einer Herren und der Armdrehung auf. Und dann stehen wir wieder voreinander. Und dann gehen wir das Ganze mit einem Rücken auf.